Hallo und herzlich willkommen mal wieder in der E-Bike Erlebniswelt. Erhard Muth De Lauda, das ist der Erhard Muth. Und mein Name ist Micha Maucher, hallo. Wir stellen Ihnen heute unsere Tauberrad-Prose-Kollektion vor. Also das sind alles Modelle mit dem Prose-Antrieb. Was es damit auf sich hat, erklären wir dann in den nächsten Kapiteln. Zuvor jedoch unser Konzept, was wir bei all unseren Tauberrädern, ob die jetzt mit Prose oder mit Bosch-Antrieb sind, immer das gleiche Konzept ist, nämlich erstmal Nachhaltigkeit. So, und das verstehen wir unter Nachhaltigkeit. Gute Frage, ne? Manche verstehen unter Nachhaltigkeit, kurze Transportwege und dies und das. Ja, Sie kommen alle aus Deutschland. Sie sind handgefertigt. Und vor allen Dingen, Nachhaltigkeit bedeutet ja für uns lange Lebensdauer. Denn was nützt es, wenn Sie viel Geld ausgeben für etwas, wo Sie nach drei, vier Jahren sagen, war das doch nicht so richtig? Oder es gibt vielleicht jetzt doch was Besseres? Nö. Also wir machen mit Ihnen zusammen erst einmal durch eine intensive Online-Kaufberatung oder telefonisch oder per E-Mail. Stimmen wir erst einmal ab, was brauchen Sie? Was sind die Anforderungen für Sie? Sie sorgen uns natürlich auch so und so viel. Das wollen wir mit Unternehmen. Wir wollen so viele Kilometer fahren und, und, und. Ja, und dann entsteht ein Projekt, Ihr Projekt und Ihr Wunsch-E-Bike. Manche Sachen Kusch-Tomate dazu, gell? Genau. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ich denke schon. Individuell. Ja, dann auch was noch hervorragend ist, ist die immense Farbauswahl. Definitiv, die ist wirklich erwähnenswert, ja. Wir haben hier eine große Palette an Farbauswahl. Aber wenn Sie, wenn wir wieder auf die Individualität kommen, was Eigenes möchten, können wir hier nahezu, oder können wir jede RAL-Farbe bestellen, die Sie sich wünschen? Täten. Gut, vielleicht wird es dann auch zu kompliziert. Also wir haben ein Fächer von 30, 40 Farben, die relativ schnell lieferbar sind. Übrigens Lieferfähigkeit. Das ist auch unser, unser Tauberrad-Konzept, ist ja immer lieferbar zu sein, das ganze Jahr über. Und wie lange brauchst Du im Moment, wenn Du ein Rätchen bestellst? Zwischen acht und zwölf Wochen. Neun und dann weißt Du, dass es kommt. Und dann ist es ja so, man wartet ja gern da drauf, denn man hat sie dann mindestens zehn Jahre. Oder zwanzig. Oder auch länger. Oder auch länger. Also unsere E-Bikes sind ausgelegt tatsächlich für 50.000 Kilometer und viel mehr. Und mit sehr wenig Folgekosten und Wartungsaufwand. Das heißt also, wir haben ein eigenes Servicekonzept für unsere Kunden entwickelt. Das bedeutet im Grunde genommen Hilfe zur Selbsthilfe. Viele Arbeiter können sie selbst machen. Und sie müssen auch nicht in dieser jährlichen Regelmäßigkeit ein E-Bike zur Inspektion bringen, sondern wenn sie einen Händler geben oder an uns, dann zählt allein die Kilometerleistung. Es könnte immer sein, dass es mal ein Jahr steht oder nicht so viel gefahren wird. So, das war es mal in wenigen wichtigen Worten. Unser Tauberrad-E-Konzept. Und dann würde ich sagen, weiter geht's beim nächsten Kapitel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017